Das ist eine Disziplin, in der wir zuverlässig Weltmeister werden. Und das ist, tada, Saft trinken. Und diese Säfte kommen auf und kommen sogar aus ein und demselben Unternehmen, aus Rheinland-Pfalz. Aber Saft ist ja nicht gleich Saft. Wo sind die Unterschiede? Sind die teuren Markensäfte überhaupt besser? Und wie gesund ist Saft trinken eigentlich? Das klären wir. Wenn man sagt, dass man was kärchert, dann weiß jeder genau, was gemeint ist, oder? Man arbeitet mit dem Hochdruckreiniger. Kein Wunder, die Firma Kärcher aus Winnenden bei Stuttgart, die ist ja auch Weltmarktführer bei den Hochdruckreinigern. Made in Germany. Aber ist die Qualität tatsächlich dementsprechend gut? Und wie gut sind die anderen Produkte aus dem Hause Kärcher? Staubsauger oder diese Fenstersauger, die angeblich so praktisch sind? Marktcheck checkt Kärcher. Und jetzt geht's ab auf den Balkon hier im SWR Fernsehen. Und ich sag tschüss, sehr gerne bis nächsten Dienstag, 20.15 Uhr. Schönen Abend noch, schöne Grüße, Wiedersehen.